Buongiorno, meine kleinen Macaronis zu einem neuen Part von Super Paper Mario. Wir befinden uns immer noch in dieser klippigen Umgebung, umgeben von einem Haufen Idioten, wie... ach du heilige Scheiße, wie die zum Beispiel. Ähm, da brauche ich jetzt erstmal, ne, Bowser. Alter, die Viecher muss ich so kalt machen, sonst machen die mich kalt, die sind gefährlich. Ne, erst mal anfangen mit ihrem langen Rüssel rumzuwirbeln, dann habe ich nichts mehr zu lachen. Ähm, joa, ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte, die haben mich jetzt ein bisschen aus Fassung gebracht. Genau, ich wollte sagen, die sind tot. Danke, Bowser, hast du gut gemacht. So, soviel dazu. Nehmen wir erstmal wieder den Beach Boy. Okay. Noch einmal Bowser, alles klar. Nein, klemmst dir. 20, 30, 40. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine super Fangkarte, ich möchte es viel gerne haben. Halten auf jeden Fall sehr viel aus, die Viecher. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Angriff um eins gestiegen. Blablab, ab, 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 ab. Da freut sich der König, der Kuba. Weg mit dir, du fette Sau. Und weg mit dir, Bowser. Nicht, dass es heißt, ich würde Bowser beleidigen. Nein, 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 das mache ich nicht. Links, rechts, Mitte. Rechts, links, Mitte. Mitte, rechts, links. Mitte, links, rechts. Das ist ja jetzt kacke. Das ist ja jetzt voll kacke. Was muss ich denn jetzt machen? Hier ist aber auch nichts weiter, ne? Nimm, nimm, nimm. Okay, hier ist nichts. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen veräppelt. Das kann doch nicht wahr sein. Das Spiel will mich mobben. Drei Blöcke in einer Reihe. Sieht nach einem Mechanismus aus. Haha, Blitzwerker. Ja, Mechanismus. Müssen wir von dem runter gehen. Hallo. Ähm. Links, rechts, Mitte. Ach, leck mich. Jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Oh, das ist doch kacke. Ich hasse sowas. Äh. Weißt du was? Ich mache das anders. Ja, ich möchte nach Philippstadt zurück. Mache ich einfach so. So spreche ich mir das dem ich hin und her gelatsche. Habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt schon wieder hin und her muss, ne? Dann mache ich das wenigstens mit Style. Mann. Ich hasse es, wenn man dazu gezwungen wird, mit irgendwelchen Deppen zu sprechen. Um weiter zu kommen. Kapitel 5 Stricher 1. Yay. Das kennen wir doch schon alles. Mach's gut. Immer noch schlechte Laune. Nicht Gesicht von Person, die alles auf Reihe bekommt. Kassaro weiß Rat. Kann Lächeln auf Gesicht zaubern, wenn du hörst. Willst du hören? Gerne. Hehe. Kassaro nicht erzählt umsonst. Aber keine Sorge da. Kassaro nicht will Münzen. Du nur schnell bitte sagen, dann Kassaro dir erzählt. Okay. Bitte. Ende. Vielleicht Kassaro will mehr als einmal hören. Da. Nochmal sagen. Nochmal bitte sagen. Du Arschloch. Ich hasse dich. Bitte. Kassaro glaub, du nicht ehrlich. Da. Nicht genug Schwung in Stimme. Du sagst dreimal und mit Schwung in Stimme. Da. Dreimal. Bitte. Jetzt. Bitte. Du nicht versuchen. Kassaro muss bitte hören. Du richtig machen. Da. Willst du mich verarschen? Dann eben ein kleingeschriebenes. Bitte. Da. Noch zweimal. Ich krieg dich zu viel. Noch einmal. Dieser Mobber, Alter. So, bitte. Bring dich um. Da. Ja. So gut. Da. Kassaro jetzt weiß, dass du wirklich hören willst. Kassaro kann spüren. Da. Messer an dein... Ja, das kannst du spüren. Gleich. Hier also Geheimnis für dich. Es ist aber lang. Du vielleicht schreiben mit, damit du nicht vergisst. Da. Du Schreibwerkzeug in näher. Nö, hab ich nicht. Du sicherstellen. Das ist nichts vergessen. Da. Nächstes Mal. Du siehst drei Blöcke. Du springst so. Mitte. Rechts. Links. Ach, Mann. Warte. Ich nehm eben mein Handy zur Hand. Da. Weil ich hab jetzt keinen Bock aufzustehen und was zu holen. Warte. Nachricht verfassen. M-R-L. M-R-L. Drücken. L-R-M. L-R-M. R-L-R-R. R-L-R-R. Das hätte ich mir niemals merken können. M-R-R-L. Das hätte ich ja lange versuchen können. M-R-R-L. Warte. M-R-R-L. M-M. L-L. M-M-L-L. L-R-L. L-R-L-L. L-M-M. L-M-M. Alter, leck mich fett. Das alles. Du mitgeschrieben? Du machst richtig und Interessantes passiert. Da. Wie viel Spaß da. Guten Clip. Ähm. Tag. Hm? Ich hasse dich. Da. So ein Dreck, Alter. Das gibt's ja echt nicht. Jetzt kann ich hin. Äh. Klappt super. Dreck. Dreck, Elender. Walfisch, Missalgengrütze. Rammt. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ja, bitte sterbt alles schnell und qualvoll. Alter, das ist doch unfassbar. Man wird hier nur gemobbt am laufenden Band. So, jetzt kann die Plunze erstmal ein bisschen hier, ne? Halt. Yay. 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 Keine Bitches. Ah. Achso, der Schirm ist das die ganze Zeit. Hallo. Achso, ich kann nur nach unten. Alles klar. Da. Bitte spül dich nicht, du bist doof. Yay, eine Münze. Oh, jetzt bin ich in der reichen Prozessin. So, hinein, Bitch. Ah, jetzt können wir auch diese Mega-Mammuts wieder platt machen. Bowser. Äh, es wird Zeit. Ah, zwölf. Alles klar. Haben hundert Punkte, die Viecher. Was mich aber nicht davon abhalten wird, sie zu töten. Oh, yeah. Äh, Fleischkeule. Gutes Stück Fleisch, das den Angriff temporell verdoppelt. Angriff gesteigert. Die wollen wir nochmal ganz schnell hier umledern. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Fleisch. Schade, es wäre zu schön gewesen. Was? Das war es schon? Das ist gemein. Böses Spiel. So, dankeschön fürs Sterben. Ach, Alter, Digga. Wollen wir mal. Ich nehme mein Handy in die Hand. M, R, L, L. M, R, L, L. Warte, da muss ich jetzt auch mit dem Cursor da hingehen. Also mit dem Strichchen. Also mit dem Strichchen. R, M, R. R, M, R. L, R, R, L, R, M. R, R, L, M, M. R, R, L, M, M. Ich fühle mich ein bisschen plemplem. L, 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 R, L, 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 R, L, 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 L. Halleluja. Nein, ich möchte das nicht als Entwurf speichern. Weg mit der L, R, M, SMS. So, Handy weg. Und da kann es weitergehen. Yay. Ich freue mich voll. Das ist so super. Mein neues Lieblingsrätsel. Yay. Was haben wir denn sonst hier noch? Okay, da haben wir nichts mehr. Hinein. Gates hier. Mal kurz Luki-Luki machen. Hier haben wir nichts. Okay. Oder warte mal. Warte, warte, warte. Haben wir hier irgendwas wo rein können? Nein, schade. So, da hätten wir den ersten Abschnitt geschafft. Yes. Ende des Kapitels. Auf der Suche nach den entführten Klypulanern begaben sich Mario und seine Freunde zur Kluft von Klypdorf. Was führten die Florosapiens nur im Schilde? Und wo nur befanden sich ihr König Krokus und Krokus und das reine Herz? Obwohl schnell vorankommt, bekamen unsere Helden die Florosapiens nicht zu Gesicht. Aber Mario gab nicht auf. Er war sich sicher, sie einholen zu können. Oh, yeah. Und das in Kapitel 5 Strich hat zwei. Pixel, Tafeln und Klypulana. Da, da, wir haben die Unheulte eingeholt. Hm, 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 hm. Ja, okay, ja, okay. Oh, da, 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 da. Oh, dass sie immer noch in ihrer Gebärdensprache sprechen, ist ein bisschen traurig, aber naja. Halt! Ich nehme das persönlich. Arschloch. Da, 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 da. Da sehe ich etwas Angefressenes. Bats. Hi, 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 hi. Danke. Huch. Yay. Yay. Uah, blöde. Shit. Happens. Urfrucht. Frucht, blöde, die CKB. Verliefer. Höh. Dann esse ich einmal die hier. Einfach, weil ich es kann. Yay. Yay. Oh, die Wurzel ist weg. Keine Wurzelbehandlung mehr für uns. Schade. Aber egal. Wir haben so viele Items. Das ist schon krank, wie viele wir haben. Ich wusste es. Weißt du was? Das ist ein Fall für Bowser. Da er ja einfach alles niederwetzeln kann. Huch. Ah. Oh, oh, oh. Was ist das? Eine Wassertafel. Genau. Jetzt kommt das, woran ich mich gar nicht mehr ändern kann. Sehr cool. Ich freue mich. Aha. Halt. Erstmal erkunden, ob hier noch irgendwas versteckt sein könnte. Natürlich nicht. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Aua, Hilfe. Ich habe Schaden genommen. Wow. Wow. So. Dann kann es weitergehen. rein in die gute Stube. Oh. Ich sehe gerade, der Part ist voll. Aha. Aha, aha. 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 Hm. Schweinerei. Sie sind in dieser Röhre verschwunden, oder? Weg mit dir, du Arsch. Oh. Halt. Dann esse ich das einfach mal. Und da hinten, da links, ist ein alter Bekannter. Huch. Ich habe mich voll erschrocken. Fangkarte. Na? Tuber Blubber Freundchen, du Mini Tuber Blubber. Dankeschön. Yay. Haben wir da irgendwas? Ne, schade. Ah. Doch, haben wir wohl. Ne, schade. Ne, 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 ne. Ist hier da gerade ein Penner-Pen? So, gern geschehen. Wie fix das noch geht. Da hinten ist nichts mehr. Dann haben wir eine Kante gesehen. Gehe ich jetzt erst da rein, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt erst mal den, ja, Part des Rolls, den Part beenden. Das ging jetzt relativ fix. Und ich würde mal sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Und das war's für heute. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö.